Oben bleiben. Immer. Warum einige Unternehmen trotz allem Erfolg haben. Von Jim Collins, Morten T. Hansen. Gelesen von Matthias Ernst-Holzmann. Danksagungen Wir hätten dieses Projekt nicht realisieren können ohne eine kleine Armee von Leuten, die wesentlich daran beteiligt waren, indem sie uns ihre Zeit opferten und ihr Wissen zur Verfügung stellten. Uns stand ein großartiges Team wissenschaftlicher Mitarbeiter zur Verfügung. Allesamt kluge, neugierige, fanatisch disziplinierte Menschen. Und es war uns eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Folgenden Mitgliedern des ChimpWorks Forschungsteams möchten wir danken. Robin Bittner für einen jahrelangen Marsch durch zahlreiche Analysen. Kyle Blackmer für Erkenntnisse zu turbulenten Zeiten. Brad Caldwell für die Analysen von Biomed und Southwest. Adam Sederberg für Firmenauswahl und Börsengang-Analysen. Lauren Coya für 10X-Firmen-Updates und Prüfung der Titel. Terence Cummings, auch bekannt als Grande, für Tausende von Stunden, die er Dutzenden von Einzelstücken unseres Projekts widmete. Daniel DeWispeler für die Analyse von Amgen. Todd Driver für die Analyse der 10X-Führungskräfte und Updates der 10X-Unternehmen. Michael Graham für Vergleichsauswahl und Vergleichsanalyse. Eric Hagen für den Börsengang-Listen SMAC-Check und seine hochgeistigen Beiträge. Ryan Hall für eine Reihe quantitativer Analysen. Beth Hartman für Turbulenzanalysen und Firmenauswahl. Deborah Knox für die Analysen von Branchenturbulenzen und eine umfassende Börsenganganalyse. Bettina Koski für Analysen von Branchenturbulenzen. Michael Lane für Vergleichsauswahl und Vergleichsanalysen. Lori Lee Linfield für Firmenupdates und jahrelange SMAC-Arbeit. Nicholas M. Osgood für Analysen von Branchenturbulenzen. Catherine Patterson für Vergleichsauswahl und Vergleichsanalysen. Matthew Unangst für Backup-Analysen und die Recherche zu Moores Gesetz. und Nathaniel Nettizola dafür, dass er zum Guru des Vergleichs von Southwest Airlines und Pacific Southwest Airlines PSA wurde. Unter Mortens wissenschaftlichen Mitarbeitern danken wir Chris Allen für Datenanalysen, Mohamed Rashid Ansari für Branchenanalysen, Jane Brocklehurst für untermauernde Recherche, Atrus Jujing Zhang für Faktenchecks, Hendrika Escoffier für untermauernde Recherche, Royce & Kelly für untermauernde Recherche, Chitima Silberzahn für wissenschaftliche Daten und Analysen, Philipp Silberzahn für die Analyse von Microsoft und Apple, William Simpson für Datenanalysen, Gina Carroggia-Cigeti für Datenanalysen hinsichtlich der Firmenauswahl, Nana von Bernuth für jahrelangen riesigen Aufwand und eben solches Engagement bei der Koordination einer großen Anzahl unverzichtbarer Analysen und James Zeitler für Datenanalysen. Auch sind wir unseren kritischen Lesern zu Dank verpflichtet, die viele Stunden damit verbrachten, Entwürfe unseres Manuskripts zu lesen, die Arbeit zu bewerten, Vorschläge einzubringen und alles daran zu setzen, das Resultat noch zu verbessern. Für Ihre Offenheit, Einsicht und Sichtweise danken wir Ron Edner, Joel T. Allison, FACHE, Chris Barbary, Gerald Jerry Bell, Daryl Billington, Kyle Blackmer, John M. Brayman, William P. Butchanan, Scott Calder, Robin Capehart, Scott Sederberg, Brian Cornell, Lauren Koji, Jeff Donnelly, Todd Driver, David R. Duncan, Mike Faith, Andrew Feiler, Claudio Fernandez Araos, Andrew Fimiano, Christopher Foreman, John Foster, Dick Frost, Itzig Goldberger, Michael Graham, Ed Greenberg, Eric Hagen, Becky Hall, Ryan Hall, Beth Hartman, Liz Herron, John B. Hess, John G. Hill, Kim Hollingworth-Taylor, Thomas F. Hornbein, M.D., Landy Hornung, Zane Huffman, Christine Jones, Scott Jones, David D. Kennedy, Alan Kazai, Bettina Koski, Eva M. H. Christensen, Brian C. Larson, Kai Lefkopf, Jim Linfield, Jim Linfield, Vater von Chimp-Team, Mitarbeiterin Lori Lee, Ed Ludwig, Wistar H. McLaren, David Maxwell, Kevin McGarvey, M.D., M.B.A., Bill McNabb, Anne Wally Malta, SFVG, Michael James Malta, Clarence Otis Jr., Larry Penzak, Jerry Peterson, Amy Pressman, Sam Presti, Michael Prouting, David P. Rhee, Jim Wright, Neville Richardson, Sarah Richardson, David G. Salyers, Kim Sanchez-Rael, Vijay Sethi, Keegan Scanlon, Dirk Schlimm, William F. Schuster, Annabel Shires, Alison Sinclair, Tim Tassopoulos, Kevin Torwil, Gene Taylor, Tom Tierney, Nicole Toomey-Davis, Matthew Unangst, Nana von Bernuth, H. Lawrence Webb, David Weakley, Chuck Wexler, Dave Witherew und Nathaniel Nattie-Sola. Ebenfalls danken wir Constance Hale, Jeffrey Martin und Philipp Somoes-Dos Santos für besonderes Augenmerk auf die Passage zu unseren Forschungsmethoden. Darüber hinaus geht unser Dank an Salvatore de Fazzolari, Dennis Good-Charles Ben R. Liedel Jr., Ewan Shapiro, Roy M. Spence Jr. und Jim Weddle für den hilfreichen Diskurs und eben solches Feedback. Unser Dank geht ebenfalls an die Transportation Library der Northwestern University für den Zugang zu den Jahresberichten von PSA, an Betty Grieb und Carol Chrisman von der William M. White Business Library der University of Colorado, dem Center for Research in Security Pricing, CRSP, der Booth School of Business an der University of Chicago für die wertvollen Daten und hervorragenden Service, Yashjid Singh für Daten und Informationen zu Patenten, Dennis Bale und Lori Drobo für das mobile Büro, Lee Wilbanks für die Beteiligung an unseren anfänglichen Diskussionen über das Konzept, Alan Weber für Sternstunden im Verlauf unserer Gespräche, die zu zündenden Gedanken führten, Jim Logan für seine Begleitung auf einer scheinbar endlosen Reise, Tommy Caldwell für die Erprobung von 10X-Prinzipien an steilen Felswänden und allen, die zu Jims persönlichen Spezies gehören. Mortens Dank richtet sich insbesondere an die Harvard Business School, INSEAD sowie an die University of California Berkeley, wo er zur Zeit unserer Forschungsstudien die wissenschaftliche Lehre vertrat. Wir danken Deborah Knox für die Redaktion des endgültigen Texts, für ihr Drängen auf Kohärenz und Übersichtlichkeit und die stetige Infragestellung unserer Ideen und für das Herauszoomen auf das Wesentliche bei gleichzeitigem Heranzoomen der Einzelheiten. Wir danken James R. Robb für seine Sachkenntnis in Bezug auf grafische Darstellungen, für seine unerschöpfliche Kreativität und dauerhafte Freundschaft. Wir danken Janet Brockett für ihre zündenden Gedanken und ihre zeichnerische Begabung. Wir danken Karen Marooney für umsichtige Orientierungshilfe auf trügerischem Terrain. Wir danken Peter M. Moldave in seiner Eigenschaft als engagierter und hochgeschätzter Ratgeber. Wir danken Hollis Heimbautsch für den Glauben an unsere Arbeit von Beginn an und dafür uns unermüdlich durch die sich stetig verändernde verlegerische Landschaft zu führen und die Zusammenarbeit wahrhaft partnerschaftlich zu gestalten. Wir danken Peter Ginsberg für seine ungebrochene Erfolgsbilanz hinsichtlich der Zusammenführung von kreativen und ungewöhnlichen Maßnahmen zum Vorteil aller Beteiligten. Wir danken den Zugehörigen des ChimpWorks Home Teams, die es Jim ermöglichten, sich auf gewaltige kreative Projekte zu konzentrieren. Für ihre Bemühungen zu Beginn des Projekts danken wir Brian J. Bagley, Patrick Blakemore, Taffy Hightower, Vicky Mosher Osgood und Laura Schuckert. Wir danken Jeff Dale für seine wohlüberlegte und kluge Sichtweise in seiner Eigenschaft als unser strategischer Fallschirmjäger. Judy Dunkley für ihr Augenmerk auf Präzision und Genauigkeit und für ihre ermunternte Besorgnis. Michael Lane für sein jahrelanges Engagement in Bezug auf produktive Respektlosigkeit, Sue Barlow-Toll dafür, dass sie als unsere Produktionsleiterin fungierte und sich mehr als einmal in einen Kaninchenbau begab und Kathy Wall & Turner in ihrer Eigenschaft als Jims rechte Hand sowie für den Einsatz der wunderbaren Fähigkeit, Freundschaften zu stiften und Beziehungen zu fördern. Wir danken Robin Bittner und Lori Lee Linfield für ihre heroische Hingabe an das Projekt im Verlauf des letzten Jahres. Sie spendeten unserem Team Licht und Energie und wirkten wie reiner Sauerstoff. Schließlich schulden wir unseren jeweiligen Lebenspartnerinnen Joanne Ernst und Helen Hansen unermesslich viel für ihre stetige Unterstützung, für strengste Kritik und für die Geduld während des neun Jahre dauernden Marschs durch dieses Projekt. Ohne sie würde es dieses Buch nicht geben. Kapitel 1 Erfolg in Zeiten der Unsicherheit Wir wissen einfach nicht, was die Zukunft bringt. Peter L. Bernstein Wir können die Zukunft nicht vorhersehen, aber wir können sie erschaffen. Denken Sie einmal 15 Jahre zurück und halten Sie sich vor Augen, was seitdem geschehen ist. All die destabilisierenden Ereignisse auf der ganzen Welt, in Ihrem Land, auf den Märkten, bei Ihrer Arbeit, in Ihrem Leben, die sämtlichen Erwartungen widersprachen. Wir können darüber erstaunt sein, verwirrt, schockiert, verblüfft, erfreut oder verängstigt, aber Voraussagen können wir sie nicht. Keiner von uns kann mit Sicherheit vorhersagen, welche Drehungen und Wendungen unser Leben nehmen wird. Das Leben ist ungewiss, die Zukunft unbekannt. Das ist weder gut noch schlecht, es ist einfach so, genau wie das Gesetz der Schwerkraft. Dennoch stehen wir immer wieder vor der Aufgabe, wie sollen wir trotz alledem unser Schicksal meistern. Wir begannen das neunjährige Forschungsprojekt, worauf dieses Buch basiert, im Jahr 2002, als Amerika aus einem falschen Gefühl der Stabilität aufgerüttelt wurde, aus einem Gefühl der Sicherheit und des ungerechtfertigten Wohlstandsdenkens. Nach einem lang anhaltenden Börsenhoch brach der Aktienmarkt zusammen. Der Staatshaushalt, zuvor noch im Plus, fiel zurück ins Defizit. Die Terroranschläge des 11. September 2001 versetzten die Menschen allerorts in Angst und Wut. Was folgte, war Krieg. Währenddessen setzten technologischer Wandel und globaler Wettbewerb weltweit ihren unaufhaltsamen, unerbittlichen Weg fort. All das führte uns zu einer einfachen Frage. Warum haben manche Unternehmen in Zeiten der Unsicherheit, ja des Chaos, Erfolg und andere nicht? Gleichermaßen betroffen von turbulenten Ereignissen und von massiven, schnelllebigen Wirkungskräften, die wir weder voraussagen noch beeinflussen können. Was unterscheidet diejenigen, die außerordentlich erfolgreich abschneiden, von denen, die unterdurchschnittlich oder noch schlechter abschneiden? Die Fragen, die es zu erforschen gilt, suchen wir uns nicht aus. Sie suchen uns aus. Manchmal packt uns eine solche Frage ganz einfach am Kragen und knurrt uns an. Ich werde erst locker lassen und du wirst erst wieder Luft bekommen, wenn du mich beantwortet hast. Diese Projektstudie packte uns aufgrund unserer eigenen, stets gegenwärtigen Angst und aufgrund des quälenden Bewusstseins der Verwundbarkeit in einer Welt, die zunehmend aus den Fugen zu geraten scheint. Die Frage war nicht nur von intellektuellem Interesse, sondern gleichermaßen von persönlicher Bedeutung. Bei unserer Zusammenarbeit mit Studenten und mit Managern aus dem Bereich der Wirtschaft sowie aus dem sozialen Bereich spürten wir die gleiche Angst. Die Ereignisse der dazwischen liegenden Jahre trugen nur noch dazu bei, das Gefühl des Unbehagens zu steigern. Was kommt als nächstes? Alles, was wir wissen, ist, dass es niemand weiß. Dennoch fahren einige Unternehmen und Manager in einer solchen Welt außerordentlich gut. Sie reagieren nicht nur, sie erschaffen etwas. Sie überleben nicht bloß, sondern sind oben auf. Sie haben nicht nur Erfolg, sondern wachsen. Sie bauen Spitzenunternehmen auf, die überdauern. Wir glauben nicht, dass Chaos, Unsicherheit und Instabilität gut sind. Unternehmen, Manager, Organisationen und Gesellschaften sind nicht erfolgreich wegen des Chaos, aber sie können erfolgreich sein während des Chaos. Um sich der Frage zu nähern, wie so etwas möglich ist, haben wir uns daran gemacht, Firmen zu finden, die sich in einer anfälligen Ausgangsposition befanden, dann zu Spitzenunternehmen mit einer überaus erfolgreichen Bilanz wurden und ihre Spitzenposition auch hielten, und zwar unter massiv instabilen Bedingungen, die von diesen Firmen nicht zu beeinflussen und darüber hinaus schnelllebig, ungewiss und potenziell von Nachteil waren. Anschließend verglichen wir diese Unternehmen mit einer Kontrollgruppe, die aus Firmen bestand, denen es nicht gelungen war, unter den gleichen extremen Bedingungen erfolgreich zu bestehen. Anhand der Gegenüberstellung von Gewinnern und Verlierern wollten wir feststellen, welche unterschiedlichen Faktoren den Erfolg einzelner Unternehmen in Zeiten der Unsicherheit ermöglichen. Den erfolgreichen Fallbeispielen gaben wir die Bezeichnung 10x, denn sie kamen nicht lediglich zurecht oder waren erfolgreich. Sie verzeichneten echtes Wachstum. Jedes der 10x Unternehmen übertraf den jeweiligen Branchenindex um das mindestens Zehnfache. Hätten sie Ende 1972 10.000 Dollar in ein aus den 10x Unternehmen bestehendes Portfolio investiert und würden wir für jedes dieser Unternehmen die gängige Rendite am gesamten Aktienmarkt veranschlagen bis sie an der New Yorker Börse der amerikanischen Börse oder im Nasdaq gelistet wurden so wäre ihre Investition bis zum Abschluss unserer Untersuchung im Jahr 2002 auf einen Wert von über 6 Millionen Dollar gestiegen. Das heißt sie hätte 32 Mal höher gelegen als die Rendite am gesamten Aktienmarkt. Um den Kernpunkt unserer Studie nachvollziehen zu können, sehen sie sich eines der 10x Unternehmen Southwest Airlines einmal genauer an. Halten sie sich alles vor Augen, was der Luftfahrtbranche im Zeitraum von 1972 bis 2002 zu schaffen machte. Immens steigende Treibstoffkosten, Deregulierung, Arbeitskampf, streikende Fluglotsen, Schwächung der Konjunktur, steigende Zinssätze, Flugzeugentführungen, eine Insolvenz nach der anderen. Und dann 2001 die Terroranschläge des 11. September. Aber dennoch hätten sie am 31. Dezember 1972 10.000 Dollar in Southwest Airlines investiert, als das Unternehmen noch eine kleine Firma mit nur drei Flugzeugen war, die kaum kostendeckend arbeitete und von größeren Airlines belagert wurde, weil sie dem Branchenneuling den Garaus machen wollten, so wären ihre 10.000 Dollar bis 2002 auf fast 12 Millionen angewachsen. Das entspricht einer 63-mal höheren Rendite als auf dem gesamten Aktienmarkt. Das heisst, besseres Abschneiden als Walmart, besser als Intel, besser als GE, besser als Johnson & Johnson, besser als Walt Disney. Viel mehr war Southwest Airlines hinsichtlich der Investorenrendite laut einer Untersuchung des Money Magazine, die Nummer 1 unter allen im Jahr 1972 börsennotierten S&P 500 Unternehmen, die in den folgenden 30 Jahren, also bis 2002, gehandelt wurden. Ein ohnehin schon beeindruckendes Ergebnis, aber umso erstaunlicher, wenn man sämtliche Turbulenzen, destabilisierende Einflüsse und die permanente Unsicherheit in Betracht zieht, unter denen Southwest zu leiden hatte. Warum hat Southwest all diese Widrigkeiten überstanden? Was hat man dort getan, um das Schicksal zu meistern? Und wie ist es dem Unternehmen gelungen, seine weltweit außerordentliche Erfolgsgeschichte fortzusetzen, ganz im Gegensatz zu anderen Airlines? Genauer gefragt, warum ist Southwest unter extremen Bedingungen gewachsen, wohingegen der direkte Konkurrent Pacific Southwest Airlines, PSA, zu kämpfen hatte und in Bedeutungslosigkeit versank, obwohl beiden Unternehmen das gleiche Geschäftsmodell innerhalb der gleichen Branche zugrunde lag und somit beide die gleichen Erfolgschancen hatten? In diesem kleinen Unterschied besteht der Kernpunkt der Frage, die wir mit unserer Studie beantworten wollen. Häufig wurden wir von unseren Studenten und Lesern gefragt, inwiefern unterscheidet sich diese Studie von den vorangegangenen Untersuchungen von Spitzenunternehmen, insbesondere von immer erfolgreich und der Weg zu den Besten? Der methodische Ansatz ist der gleiche, vergleichende historische Analyse, und die Fragestellung nach dem erzielten Wachstum bleibt ebenfalls bestehen. Aber anders als in den vorangegangenen Studien, wählten wir die Fallbeispiele für die Studie nicht nur nach Kriterien wie Erfolgsbilanz oder Wachstum, sondern zogen auch in Betracht, welch extremen Bedingungen die Unternehmen ausgesetzt waren. Aus zwei Gründen fügten wir dem Auswahlkriterium des Wachstums das Kriterium der Bedingungen hinzu. Erstens glauben wir, die Zukunft bleibt unvorhersehbar und damit auch die Welt unser Leben lang instabil. Wir wollten verstehen, welche Faktoren Spitzenorganisationen ausmachen, die entgegen aller Widrigkeiten bei derartigen Bedingungen überdauern. Zweitens gewannen wir bei der Untersuchung der erfolgreichsten Firmen und ihrer jeweiligen Führungskräfte Einblicke, die uns bei der Untersuchung von Firmenchefs in gemäßigteren Situationen möglicherweise verborgen geblieben wären. Stellen Sie sich einmal vor, Sie machen bei gutem Wetter ganz entspannt eine Wanderung über sonnige Wiesen. Und Ihr Wanderführer ist ein erstklassiger Bergsteiger, der bereits Expeditionen zu den gefährlichsten Gipfeln der Welt geleitet hat. Wahrscheinlich würde Ihnen auffallen, dass er sich ein wenig von den anderen unterscheidet, dass er die Strecke vielleicht besser im Auge behält oder beim Packen seines leichten Tagesrucksacks sorgfältiger vorgeht. Aber im Großen und Ganzen wäre es an einem wunderbaren Frühlingstag, der allen Vorhersagen entspricht, schwierig zu erkennen, was genau Ihren Bergführer so besonders macht. Nun stellen Sie sich im Gegensatz dazu vor, Sie befänden sich mit eben diesem Bergführer an der Wand des Mount Everest, bei einem mörderisch tobenden Sturm. Unter solchen Bedingungen würden Sie wesentlich deutlicher erkennen, was Ihren Bergführer auszeichnet und was ihn so besonders macht. Führungskräfte unter extremen Bedingungen zu untersuchen, ist wie ein wissenschaftliches Experiment aus dem Bereich der Verhaltensforschung oder wie das Benutzen einer Schleudermaschine im Labor. Man setzt Führungskräfte extremen Bedingungen aus und die Unterschiede zwischen besonderen Fähigkeiten und Mittelmäßigkeit werden deutlich. Unsere Studie untersucht, inwiefern sich die wirklich Großen von den lediglich Guten unterscheiden, wenn sie Bedingungen ausgesetzt sind, unter denen diese Unterschiede deutlich und verstärkt zutage treten. Im folgenden Teil des Einleitungskapitels liefern wir eine kurze Darstellung unserer Forschungsreise sowie einen Ausblick auf einige der Überraschungen, die uns unterwegs erwarteten. Zu Beginn von Kapitel 2 schildern wir ausführlich, welche Erkenntnisse wir über die jeweiligen Firmenchefs der entsprechenden Unternehmen gewonnen haben und in den Kapiteln 3 bis 6 inwiefern sie sich hinsichtlich ihres Führungsstils und beim Aufbau der jeweiligen Unternehmen von den weniger erfolgreichen Vergleichsfällen unterschieden. In Kapitel 7 widmen wir uns einem aus unserer Sicht besonders faszinierenden Teil der Reise, der Untersuchung von Glück. Wir definierten Glück, ermittelten das Maß an Glück, untersuchten, ob die 10x-Unternehmen mehr oder weniger Glück hatten und stellten fest, was sie in Bezug auf Glück anders machten. Auswahl der 10x-Unternehmen Das erste Jahr unserer Arbeit verbrachten wir damit, zu ermitteln, welche 10x-Unternehmen in die engere Wahl kamen, wobei wir nach Studienobjekten suchten, die drei grundlegende Voraussetzungen erfüllen mussten. Erstens, das Unternehmen verzeichnete unwiderlegbar herausragenden Erfolg, und zwar in einem Zeitraum von mindestens 15 Jahren im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung am gesamten Aktienmarkt und im Vergleich zur jeweiligen Branche. Zweitens, das Unternehmen erreichte diese Erfolgsbilanz unter extrem instabilen Bedingungen, die geprägt waren von Ereignissen, die nicht zu beeinflussen, schnelllebig, ungewiss und potenziell von Nachteil waren. Drittens, das Unternehmen begann seinen erfolgreichen Aufstieg aus einer Position der Verwundbarkeit heraus und war zu Beginn seiner 10X-Erfolgsgeschichte eine kleine und oder neu gegründete Firma. Die anfängliche Liste von 20.400 Unternehmen wurde systematisch durch elf Schichten von Ausschlusskriterien gesiebt, um genau die Fälle zu ermitteln, die all unseren Testbedingungen standhielten. Da wir extremen Erfolg unter extremen Bedingungen untersuchen wollten, legten wir unseren Auswahlkriterien extreme Standards zugrunde. Das endgültige Set von 10X-Unternehmen verzeichnete innerhalb der von uns untersuchten durchgehenden Zeitspanne eine außergewöhnlich erfolgreiche Performance. Bevor wir fortfahren, wollen wir einen wesentlichen Aspekt unserer Studie erläutern. Wir untersuchten die Performance während in der Vergangenheit liegender durchgehender Zeiträume, die im Jahr 2002 endeten und nicht den heutigen Stand der Unternehmen. Es ist durchaus möglich, dass zu dem Zeitpunkt, da Sie diese Worte hören, eines oder mehrere der Unternehmen unserer Liste ins Wanken geriet oder seine Erfolgsgeschichte beendete. Von daher werden Sie sich nun vielleicht fragen, aber was ist denn mit Firma XYZ? Heutzutage scheint sie nicht mehr zu den 10X-Unternehmen zu gehören. Sie müssen sich unsere Studie ähnlich vorstellen wie die Untersuchung einer Sportmannschaft in ihren besten Jahren. Die Tatsache, dass das UCLA Bruins Basketball Team im Anschluss an die Erfolgsserie in den 1960er und 1970er Jahren unter dem Coach John Wooden mit 10 NCAA Meisterschaftsgewinnen innerhalb von 12 Jahren weniger erfolgreich war, nachdem Wooden sich zurückgezogen hatte, bedeutet nicht, dass die ermittelten Ergebnisse über die erfolgreichen Zeiten der Bruins keine Gültigkeit mehr haben. Ebenso kann ein ehemals erfolgreiches Unternehmen aufhören, erfolgreich zu sein. Jedoch wird dadurch keineswegs die Erfolgsgeschichte des Unternehmens aus den Akten gelöscht und eben diese Erfolgsgeschichten sind es, auf die wir in der Studie unser Augenmark richteten und unsere Ergebnisse gründeten. Die Aussagekraft des Vergleichs Die Methodik unserer Forschungen basiert darauf, eine Vergleichsgruppe zur Verfügung zu haben. Die ausschlaggebende Frage lautet nicht, was haben all die erfolgreichen Unternehmen gemeinsam? Die ausschlaggebende Frage lautet, was haben all die erfolgreichen Unternehmen gemeinsam, das sie von ihren direkten Vergleichsfällen unterscheidet? Als Vergleichsobjekte dienten Unternehmen, die im selben Zeitraum wie die 10x-Unternehmen unter gleichen oder sehr ähnlichen Bedingungen in derselben Branche waren, aber weniger erfolgreich abschnitten. Unter Anwendung eines exakten Punktes Schemas bestimmten wir systematisch ein Vergleichsunternehmen für jedes der 10x-Unternehmen. Als Gruppe übertrafen die 10x-Unternehmen die Vergleichsfirmen um mehr als 30 zu 1. Der Unterschied zwischen den 10x-Unternehmen und den Vergleichsfällen während des für die Forschungsstudie relevanten Zeitraums führte zu den Ergebnissen. Im folgenden also das unserer Studie zugrunde liegende endgültige Set der 10x-Unternehmen und ihrer jeweiligen Vergleichsfälle. Amgen wurde verglichen mit Genentech, Biomet mit Kirschner, Intel mit AMD, Microsoft mit Apple, Progressive mit Safeco, Southwest Airlines mit PSA und Striker mit der United States Surgical Corporation . Was die Auswahl von Apple als Vergleichsfall betrifft, sind wir uns der Tatsache bewusst, dass zum Zeitpunkt der Entstehung des auf unserer Studie basierenden Buchs, also im Jahr 2011, Apple bereits für eines der beeindruckendsten Comebacks aller Zeiten stand. Wir richteten unser Augenmerk für den Vergleich Microsoft Apple auf die 1980er und 1990er Jahre, als Microsoft der große Gewinner war und Apple sich beinahe selbst vernichtet hätte. Hätten sie Ende Dezember 1980 im Monat des Börsengangs Apple-Aktien gekauft und sie bis zum Ende des in unserer Analyse berücksichtigten Zeitraums im Jahr 2002 behalten, so hätte die Entwicklung ihrer Investition um über 80% unter den durchschnittlichen Gewinnen am gesamten Aktienmarkt gelegen. Auf Apples erstaunlichen Wiederaufstieg unter Steve Jobs kommen wir in diesem Buch noch an anderer Stelle zurück. Doch eines sei bereits an dieser Stelle angemerkt. Tatsächlich können sich Unternehmen im Lauf der Zeit verändern und können vom bloßen Vergleichsfall zu einem 10x-Unternehmen werden und umgekehrt. Die Möglichkeit einer Veränderung von Gut zu hervorragend ist jederzeit möglich. Überrascht angesichts der Ergebnisse. Anschließend unterzogen wir jedes Vergleichspaar einer eingehenden historischen Analyse. Wir sammelten über 7000 Dokumente aus dem zu untersuchenden Zeitraum, um uns ein eindeutiges Bild von jedem Einzelnen der betreffenden Unternehmen zu machen. Jahr für Jahr. Angefangen beim Jahr der Gründung bis zum Jahr 2002. Systematisch untersuchten wir Kategorien von Daten, darunter Branchenentwicklung, Gründungsphase, Organisation, Unternehmensführung, Firmenkultur, Innovationen, Technologien, Risiken, Finanzmanagement, Firmenstrategie, Wandel der Firmenstrategie, Geschwindigkeit der Entwicklung und Glück. Am Anfang unserer Reise stand keine Theorie, die es zu testen oder zu beweisen galt. Wir sind stets gern dazu bereit, uns von Ergebnissen überraschen zu lassen und uns unseren Entdeckungen anzupassen. Die Konzepte dieser Arbeit entwickelten wir auf der Basis der gesammelten Daten, indem wir einen grundlegenden Rahmen erstellten. Wir folgten einem sich stets wiederholenden Ansatz, indem wir auf Basis unserer Daten Theorien entwickelten, diese Theorien anhand der gewonnenen Erkenntnisse überprüften, beobachteten, wie sie sich unter der Beweislast neigten und grümmten, sie durch neue Theorien ersetzten, sie überarbeiteten, prüften und abermals überarbeiteten, bis sämtliche Konzepte den Beweisen standhielten. Das größte Gewicht maßen wir den Beweisen aus der tatsächlichen Zeit.